So... Äh, was ist das für ein Affen? Was gibt's da mit Moni? Äh, Moni sowas. Okay. Ladadadie, ladadadie, ladadadu. Achtung, Achtung. Banditen attackieren Torture Station. Stellen Sie sich tot, dann passiert Ihnen nichts. Steht! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Was heißt hier? Totstellen? Ja, hat sich keiner dort gestellt. Sie haben überlebt. Schön für Sie. Gut gemacht. Nicht, dass Hyperion jemals an Ihnen gezweifelt hätte. Wir lieben Sie und glauben an Sie. Also, Phase 3. Das Claptrap Kollektiv hat ein gemeinsames Bewusstsein. Schaltet man den Kopf aus, so fällt auch der Rest. Um dies zu erreichen, müssen Sie das Wireless Information Router Encoding Device, kurz Wired, stehlen. Hm. Eine unglückliche Abkürzung für ein drahtloses Gerät. Muss man mit dem Marketing sprechen. Wired, also verkabelt. Viel Glück. Wir haben die Texte. Ja, okay. Äh, haben wir hier noch was am Abgehen? Nö. Nö. Oh, halt. Wo sind die hier richtig? Kann ich nicht mit dem Zug fahren? Ja, zu einfach. Oh, die Brücke ist unten. Wo geht's da lang? Moment. Moment. Achso, da war ich doch schon. Okay. Nö. 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 Los! Gib auf! Es macht Spaß an Roboter zu sein! Du brauchst nie mehr pinkeln, und du darfst dir sogar deine Lackierung aussuchen! Ich darf mir mal eine Lackierung ausdrucken, so und so, so. Ähm, ja, nee. Haben wir hier Schrott zu verkaufen noch? Nee. Haben wir schon irgendwas drin wieder als Schrott? Nee, ne? Doch, das hier. Und so ein Schild. Oh, wir haben hier einen. Great. Was wollen wir denn mit den ganzen Heildingern? Das ist irgendwann mein ganzes Inventar voll. Moment. Nee, wir sind ja hier. Ja, okay. Wo ist es so? Ist da hinten eine Arena? Kommt da irgendein Monster? Na, komm. Gehen wir mal rein. Ja. Okay. Was ist das? Okay, wird's noch größer. 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 Ballert hier. Okay, wird's noch größer. 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 Okay. Da ist wieder so ein Trophäending. Nein, ich habe die falschen Sachen gesammelt. Ja, das verkaufen. Ja, ich habe die falschen Sachen gesammelt. 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 So groß, so böse, so tot. Ja, ich habe die falschen Sachen gesammelt. 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 nicht schlecht nicht schlecht doch nicht zu einem schwierigen gegner halli julia 15 plus 14 regeneriert munition machen wir doch mal ja 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 Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Schockschaden, wir haben... Machen wir Schockschaden. Oh, Mann. 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 Oh, Mann.